Ja, herzlich willkommen, liebe Monika Nirjana-Kardinal und vielen Dank für dein wundervolles Interview von eben. Ja, liebe Susanne, ich freue mich, dass dir es gefallen hat und ich freue mich auch hier sein zu dürfen. Ich habe euch erzählt in dem Interview, wie ich an dem tiefsten Punkt meines Lebens zur Spiritualität gefunden habe. Und ich denke, es ist für jeden Menschen möglich, egal was passiert, aus der schlimmsten Situation wieder herauszukommen und für sich den Weg des Lichtes und der Liebe zu finden. Ich hoffe, dass ich euch alle damit berühren konnte und es ist alles möglich. Ja, das war wirklich eine ganz berührende Geschichte von dir und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch dieses Interview an. Monika Nirjana gibt uns auch ganz praktische Tipps, wie wir unser Licht leuchten lassen können, wie wir unser Licht auch in die Welt tragen können. Ja, fühlt euch ganz herzlich eingeladen und dir wundervolle Nirjana ganz, ganz lieben Dank. Sehr gerne, ich danke dir auch.